Ich bin in einer ungar-deutschen Familie und in einem ungar-deutschen Umfeld aufgewachsen. Dieser sprachliche und kulturelle Hintergrund war in meinem Leben immer vom Vorteil und damit hat es auch wohl zu tun, dass ich derzeit bei einer deutschen Firma im wunderschönen Pech arbeite. Fünfkirchen verfügt über ein ausgeprägtes Netz von ungar-deutschen Bildungseinrichtungen, vom Kindergarten bis zur Universität. Guten Tag, guten Tag! Unser Ziel war, die Studierenden mit den Erwartungen des Arbeitsmarktes bereits während des Studiums vertraut zu machen und dadurch ihre Chancen auf eine Anstellung bei deutschen Firmen im Fünfkirchen zu erhöhen. Haben Sie kurz Zeit? Verlässlicher Versicherungsschutz für alle. Unser Konzern wurde von fast 200 Jahren in Graz in Leben gerufen und Grave ist seit 1997 auch in Pech präsent. Wir produzieren die Premium-Automarken, Hutablagen und Kofferraumladeböden der Spitzenklasse und wir tragen dazu bei, dass auch Pech Teil am Erfolg der globalen Autobildindustrie hat. Was ist die Automarkt? In Pech ist Aldi neben den Filialen auch mit einer IT-Servicezentrale present. In fünf Sprachen unterstützen wir das europäische Filialnetz. Berufseinsteiger und Erfahrene sind bei uns stets willkommen. Fremdsprachen und grundlegende IT-Kennnisse sind für uns wichtig. Hauni Hungaria ist eine Tochterfirma der Hamburger Hauni Maschinenbau GmbH. Durch die guten Deutschkenntnisse unserer Mitarbeiter konnten wir mit den deutschen Kollegen gemeinsam leichter eine weltweite Akzeptanz in unserem Sektor erreichen. Wir bemühen uns, die lokalen deutsch sprechenden Fachkräfte im Bereich Informatik vor Ort zu beschäftigen. Wir bei IT-Services glauben an Pech und an den Fachleuten vor Ort. Zu unseren erfolgreichen Partnerschaften in den deutschsprachigen Ländern leistet unsere deutsche Abstammung einen wesentlichen Beitrag. Wir sprechen dieselbe Sprache, pflegen, annähern dieselbe Kultur. Im Leben von Pech gibt es kaum einen Bereich, in dem die deutsch-ungarischen Beziehungen nicht eine tragende Rolle gespielt hätten oder spielen würden. Ich bin der Überzeugung, dass dies die eine Säule des Erfolgs von Pech sein kann. Also, die zwei GmbH im hammen können zwischen dem In der Nähe des Erfolgs von Pech sind die bereits versammelt. Die Durchsage des Erfolgs von Pech sind die pixiviert. Also, in der Nähe des Erfolgs von Pech sind die Bescheid mit den niños und die gbästen, die die nichts eingesetzt werden könnten. Die GmbH im Leben von Pech sind die W iPhones und die GmbH im